Das Play of the Game wird Ihnen präsentiert von der Telekom. Im Spiel gegen die Fraport Skyliners springt nur einer über den Wolkenkratzer, R44 Bryce Taylor. Ziemlich fein aber auch der Backdoor-Pass von Heiko Schaffarzig, blind gespielt obendrein, à la Bonheur. Das Play of the Game wurde Ihnen präsentiert von der Telekom. Untertitelung des ZDF, 2020